Moin, heute möchten wir euch mitnehmen auf die Brombeersuche. Wenn ihr Lust habt, geht doch ein Stück mit. Wie ihr sehen könnt, ist Rita schon fleißig dabei und hat bald schon eine Düppe voll. Ja, die Stacheln. Ja, hab ich auch. Du lachst. Ich habe auch die Stacheln, nicht nur du. Die wird jeder haben, der Brombeer pflückt. Ja, ich bin aber da ein bisschen empfindlich. Ja, gut. Ich habe etwas dünnere Haut, bin sowieso immer so süß. Zeig mal, was du da so pflückst. Cool. Ist noch nicht viel, aber die Düppe wird voll. Aber die sind auch schon sehr viel hergelaufen. Normalerweise muss man ganz zu den Anzug erlangen. Das kannst du überarbeiten. Hier ist ein Brombeerstrauch, der größere Ausbeute verspricht. Mal schauen, was sich hier alles finden lässt. Ganz schön dichtes Dickicht. Da sind zwar auch Brombeeren, aber da muss man jetzt irgendwie reinkommen. Mal schauen. Du hältst die Düppe genau davor. Ich habe das. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Ah! Vielen Dank. Musik Musik